Hallo, wir sind heute in Eisenach und wir gehen heute auf den Bahnhof. Hallo, wir waren heute auf dem Bahnhof. Es war sehr schön. Wir stehen jetzt hier am Hauptbahnhof in Eisenach. Wir haben viele Sachen gesehen. Also Bilder, Schränke und Sachen, zum Beispiel Kusteln und Bücher. Auch Schränke und ein Bett. Wir haben auch den Raum gesehen, wo er diese Thesen geschrieben hat. Von oben hatten wir auch einen schönen Ausblick. Das war schön. Wir laufen vor den Mund auf dem etwas Neuslager aus. Die Teile, die Schränke und Sachen Bödenぁer-Danz ist. Wir haben hier einen acordoen Ausblick. Das ist ein Ausblick. Die Schrecke und die Schränke und die Schränke und die Schränke, Vielen Dank.